So, Leute, okay, und weiter geht's. Nehmen wir das Level, weil es eklig war. Warte, war das überhaupt das Level? Ja, war's, okay. Ja, wir nehmen das Level, weil das erste war Popel einfach. Und bei dem Level, was habe ich hier nochmal vergessen? Und wo? Und warum? Und weswegen? Und warum? Ich weiß es gerade eigentlich mehr. Scheiße. Wo habe ich hier was vergessen? Ich weiß nur, dass ich was vergessen habe, aber nicht was, wo und warum. Egal. Okay. Hier sind die lustigen Affen des Todes. Und hier war das die ganze Scheiße mit Gargantur Plak und so weiter. Ich erinnere mich noch. Ja, ja, ja. Affen sterbt. Zack, zack. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was es hier war. Okay. Super. Wow. Hör mal zu, Gargantur. Das ist nicht nett. So. Guck mal da. Was will der? Was will der? Warum springt der mir wohl nach? Richtig, weil er mir schon wieder meinen scheiß Baby klauen will. Eigentlich hätte ich da kein Problem mit, wenn ich es nicht retten müsste. Und behalten quasi damit auch. Zack, so. Ähm, ja, das hier mit Gargantur Plak war nämlich der Grotz mit dem optionalen Weg, wo ich da nicht musste. Oha! Muss ich da hin? Muss ich da hin? Muss ich da hin? Und ja. Dann habe ich ihn natürlich für das Falsche entschieden. Ganz toll. Gott, ich habe voll nichts für. Scheiße. Ich wollte nach unten. Zack, Gargantur. Bitte, verzieh dich. Nein! Oh Gott. Okay. Bäm. Bäm. Nichts. Schade. Okay. Okay. Ich hoffe, das Level schaffe ich unter 10 Minuten. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen, nämlich jetzt mal. Äh. Zack. Bäm. Eine Blümchen. Eine Blümchen. I am so German. Ich bin so deutsch, ich kann nicht mal mehr... Ah, ich kann nicht richtig sprechen. Ah. Okay. Ähm. Haben wir noch... Ah, thank you. Okay, sehr schön. Die können wir nämlich jetzt besser gebrauchen, weil wir müssen bei denen immer zwischendurch mal abknallen. Bäm. Okay. So. Das bringt mir nämlich wenigstens mehr als, ähm, etliche tausend Eier zu verschwenden. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Gargantur? Wo bist du? Da bist du? Okay. Bäm. So, der scheiß Affe dort, der kann ruhig ertrinken. Das ist mir vollkommen egal. Wow! Gargantur? Gargantur. Was machst du? Was musst du, wenn ich deinen Flammenbruder gelassen? Zack. Kann ich da hoch? Natürlich kann ich da hoch. Na, oder auch nicht. Ah doch, jetzt bin ich oben. Okay. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß das letzte Mal auch nicht. Also warum sollte da was Besonderes sein? Brrrr. Ach man. Ey, das gibt's nicht. Ey! Boah, diese scheiß Affe. Ohne Witz. Sie springen auf einen zu. Das ist schon eklig genug, um so ein Affen in Klammer zu werden. Oh ja. Hallo, ich bin ein Affe. Ich umarme dich. Na, komm hoch. Kannst direkt wieder runtergehen. Gargantur. Warum bist du nur unbesiegbar? Ich weiß, du bist gargantisch. Sonst würdest du nicht Gargantur heißen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das war sehr lustig. Ja. So, ähm, wie viel hab ich? Na, hält sich in Grenzen. Und ich hab schon das Gefühl, dass ich irgendwie scheiße gebaut hab. Ich hoffe nicht. Aber, ähm, gut sehen wir dann ja irgendwie bald. Da, da, ta-la. Und ich habe das Gefühl, dass ich das erste Level nicht auch noch zusätzlich schaffen werde. Bams. So, gib mir deine Kinder. Gib mir deine Eier, wollte ich schon fast sagen. Gib mir deine Kinder, damit ich sie als Ei bis zu brauchen kann. Danke. So. Zack, 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 zack. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wunderschön. Stirbt, stirbt, stirbt. Ich sag immer stirbt. Sterbt, stirbt, 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 stirbt. Alle, stirbt, 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 stirbt. Ist mir egal. Geht einfach kaputt. Okay. Ah. So. Und jetzt gehen wir hier zuerst rein. Ja. Mein Gott. So. Hoch. Und. Rein da, wo die versteckte Blume war, die wir nicht mehr gefunden haben. Gula. Gula. Zack. Bums. Natürlich ist die Blume hier, das muss so sein. Seht ihr das? Und zack, und direkt eingesammelt sogar. Hätte ich das gerade eben, hätte ich das nur, nur hätte, müsste, könnte. Ja, ich will hier nicht rumweinen. Ist halt nicht so gewesen. Mein Pech, dass es nicht so gewesen ist. Lalalala. Zack, war hier oben noch irgendetwas? Ich weiß nicht mehr, ich gucke lieber mal nach. Gucke ich halt mal nach. Ne, nothing. Nothing. Ne, du, 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 du. So, ähm, dafür haben wir hier unten ganz viele lustige Sachen, die uns wahrscheinlich... Wow, ich kann nicht mehr fliegen. Hey. Ich hab so ein komisches Gefühl, dass wir gleich... Nein. Oh, gut Glück gehabt. Wow. Sehr schön. Okay, ähm. Wir sind auf dem besten Wege, glaube ich, wenn ich nicht wieder was vergessen habe, was ich glaube. Ähm. Zack. Gnomes. Und wir dürfen hier gleich wieder starten. Falls... Wow. Zack. Okay. Yay, ja. Warum ist hier nicht ein Sternkreis? Ich meine, man kann als U-Boot eh nicht... Ja, doch, man kann Stern, wenn man zu weit runtergebracht wird, aber... Gut, das ist... Kaum möglich, glaube ich. Ja, kommt schon. Ja. Ich ahne ja wieder, wie der Böse ist. Irgendwoher vergesse ich was. Ja. Na, 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 na. Zack, zack, zack. Okay. Oh, na, nein! Verpiss dich. Lass mich weiterfahren. Oh Gott. Ich war hier wie so ein... Ja. Ich fand ich sehr gut. So. Okay. Na, ich muss jetzt nochmal zurückkatapultieren. Stimmt's? Ja, werde ich. Dann komme ich nie im Leben an. Und natürlich vorher nochmal von einem Stachelballer schlagen werden. Natürlich, ihr Sadisten. Ihr Sadisten. Immer wollen es alle Yoshi quälen. Hat es nie von ihm. Aber egal. Wir schaffen das nie im Leben. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir sind jetzt schon bei sechs Minuten. Schade. Das heißt, ich kann im nächsten Video... Wow. Immer noch nicht mit der nächsten Welt anfangen. Ey, ich meine in diesem Video... Nein, im nächsten Video doch. Aber erst später, weil ich noch die erste Welt... Das erste Level... Nein! Warum lasse ich mich eigentlich grundsätzlich jedes Mal... 768.000,5 Mal im Monat ist das... Treffen von der... Wow. Wow. Knapp. Von dem Ding. So. Das wollte ich gerade noch ausgedrückt haben. Warum hat mich dieser kleine, komische, goldene, ekelhafte, hässliche Fisch verfolgt? Zack. Bumm. Tot. Aus, die Maus. Nein. Nein. Schnell, Waffe, weiter. So. Na? Okay. So. Ich hoffe, wir haben wirklich bis jetzt alles gefunden. Das sieht... Wenig aus, was wir bis jetzt haben. Aber das Level ist auch verdammt lang. Wie ihr gesehen habt, das Level ist ungefähr 70 Mal so lang wie... Das Schloss, was wir gerade eben gemacht haben. Zack. Okay. So. Und direkt wieder ein Bonus-Ding. Na. Ist gut. Meinetwegen. Ey. Oh mein Gott. Diese ekelhaften Piranhas. Zack. Bam. 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 Okay, nicht. Hm. Okay. Ich meine, hier wäre noch so ein Schweigerheim mit einer Mütze gewesen. Normalerweise. Wow. Wow, 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 wow. Okay. Nur zwei? Nur zwei Schüsse? Okay, ich dachte eigentlich, der hält drei aus. Heißt das etwa, dass die kleinen Pinguin-Babys noch stärker sind? Zack. Na ja, man kann die Mutter dann stolz sein, starke Kinder gezeugt zu haben. Mit wem auch immer. Wow. Der Herrvater muss hässlich gewesen sein, so wie die Kinder aussehen. Oh no no no. Okay. Ähm. Sehr schön. Wunderbar. Perfekt. Everything's awesome. Dum. 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 Hi. Mein kleiner Krabbenfreund. Zack. So. Wir haben dich gekillt. Sammle deine Mütze ein. Deine Rote vor allem. Und wir gehen hier weiter. So, wir sind gleich beim Ende des Levels. Und haben da sehr lange für gebraucht, wie man sieht. Obwohl ich mich eigentlich relativ beeilt habe, sage ich mal. Also finde ich cool. Wow. Und ich gehe... Wow. Und ich spiele langsam ernsthaft mit den Gedanken. Ich glaube, Yoshi's Island wird tatsächlich, ich hätte sie für möglich gehalten. Einer meiner längsten Let's... Wird das längste Let's Play. Es wird bestimmt länger als wie es in Quest Legend. Weil, wie ich meine, wir sind noch nicht mal mit der dritten Welt fertig. Und sind jetzt schon bei Video 23. Und die Level werden natürlich später auch besonders immer schwerer. Und dann kommen noch die ganzen Speziallevel dazu. Ja, da kommt schon einiges zusammen. Zack. Wippa da. Yay. Let's deploy me. Let's deploy me. Let's deploy me. Okay. Hallo, kleiner Bergberg. Du bist ein Bergberg. Du bist der Bergberg wahrscheinlich. Der eigentlich wahre. Scheiße. Okay. Nochmal. Und runter. So. Und warum seid ihr wieder da? Ach Gott, ey. Ohne willst du diese verfickten Piranha. Piradias. Piranhas. Ah. So. Danke. Zack. Und. Zack. Ah, danke. Danke für nichts. Genau. Mimis. Rettet mich. Komm schon. Ah, danke. Okay. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Eine rote Münze. Okay, die werden wir ja wohl finden. Ich glaube, die war hier irgendwo. War sie auch sicherlich. Ganz sicher. Ganz sicher. Ah. Ich will ja einfach nach oben. Komm schon. Oh, danke. Danke, danke, danke. Darf ich jetzt bitte fliehen? Für immer und ewig. Ja, ich habe das Level geschafft. Okay. Yay. Wow, 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 wow. Banane, Banane. Danke, kein Bonus-Level. Das kann ich jetzt echt gebrauchen. Ich werde einfach nur dieses Level benden. So, sofort. Richtig geschwind. Zack. 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 Bam. 100 Punkte. In your face. So. Oh, 788. So. Und wir gehen nochmal in das Level rein. Wir werden es noch ein bisschen anspielen können. Aber ich habe mich gerade zu etwas entschieden. Ganz spontan. Und. Ja, ja, ja. Es ist das wunderschöne Level 1. Was relativ einfach war eigentlich. Gut, aber. Ich bin trotzdem froh, wenn ich hier fertig bin. Bams. So. Wow. Lalalalalalalalalalalalalala. Gut. Blümchen. 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 Oh yeah. 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 So. Ähm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte gerade. Irgendwas wollte ich sagen. Irgendwas total wichtiges und so. Und tiefgründig und alles. Wie es immer so ist. Alles, was ich so sage. Während im. Yoshi. Let's play. Ihr wisst noch. Genau. So. Also. Wir sind da. Der Graswürf von Yoshi. Ich sage kurz Pause. Aber ich habe schon eine Idee. Ich sage nämlich bis gleich.